Hier sitzen wir im Flüger, nehmen wir einen ganz netten Herr. Er schlägt mir nicht, er beißt mir nicht, was tut er denn? Blatt haben wir, hoffen wir, dass der Flüger gut gepflückt und leise ist. Hoffentlich ist der Kapitän nicht aufgeregt auf der Bahn, weil ich weiß nicht wie es ist. Wenn der Kapitän aufgeregt ist, dann schwankt der Flüger. Schauen wir weiter, bis später. Ja, wer kennt ihn nicht, Herr Beckenbauer Franz? Da steht er, in Bangkok, am Flughafen. Man sieht schon, sie bemüht sich und haut man da auch keiniges rein. Ich glaube, das ist ein richtiger Kühlstein. Wir sehen da die Kühe. Das muss fein kocht. Das sind die Kühe. Ich glaube, die hat er in fünf Sternen geklaut. So fang ich mir das mal an. Ja, Fäscherin. Supermarkt. Da sind wir 24 Uhr Nacht aus La Vie in der Nacht für 35 Euro inklusive Frühstück. Künstlich. Künstlich. Mitten im Bangkok. Habe mal Aussicht. Im 25. Stock haben wir. Untertitelung des ZDF, 2020